Hallo zusammen, heute begrüße ich euch aus einem unserer beiden Biologieräume und ich dachte, weil ich die ganze Zeit beim Videodreh immer so alleine bin, hole ich mir mal ein bisschen Verstärkung bzw. lade mal ein paar Leute ein und das sind in diesem Fall unsere Zebrabuntbarsche und ein paar Antennenwälze, die den Weg aus dem Altbau oder dem Neubau gefunden haben und auch in unserem zweiten Biologieraum, der quasi hinter mir ist, haben es auch die Goopies und andere kleinere und größere Fische mit hier rüber in unseren Neubau gepackt. Für mich ist das gerade, wenn es in die Abendstunden reingeht und vielleicht sogar auch in die Nachtstunden und es schon draußen dunkel ist, somit einer meiner Lieblingsplätze hier in der Schule, weil man von draußen dieses Farbenspiel und dieses Flackern und diese Spiegelungen des Wassers auf dem dunklen Flur sehen kann. Und dann könnte ich quasi vor diesen liebevoll gestalteten Aquarien, die ja unsere Schülerinnen und Schüler aus der Aquariums AG zusammen mit Herrn Grevel gemacht haben, könnte ich stundenlang sitzen. Und dort gibt es nämlich für mich immer viel zu entdecken. Große und kleine Fische, viele von denen verstecken sich, vielleicht auch gerade wie jetzt, wenn man sie hoffentlich sieht. Andere kommen neugierig nach vorne, vielleicht warten sie auch was. Andere, wie zum Beispiel die Wälze, machen gerade das Aquarium sauber. Und manchmal tappt man vielleicht auch einen Fisch, der irgendwie total chillig in der Ecke rumsitzt oder sich treiben lässt. Und ich finde das alles so, ja, das passt auch irgendwie zu uns Menschen, beziehungsweise so, wie wir uns manchmal, vielleicht auch sogar gerade daheim verhalten. Dann kommt mir meistens ein zweiter Gedanke, nämlich, dass wenn ich hier so einen Fisch sehe, gerade ein bisschen die größeren, dann muss ich, wahrscheinlich ist es die Krankheit eines Religionslehrers, irgendwie auch an den Propheten Jonah denken. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Jonah ist, kein Problem, denn das wissen auch viele Schülerinnen und Schüler nicht, weil es eigentlich eine Bibelstelle ist, die man jetzt nicht ganz so oft im Unterricht macht. Aber einige Schüler sagen dann zu mir zum Beispiel, Herr Dranski, das ist auch der Typ im Fischbauch. Und genau das ist der Jonah. Er ist quasi der Typ aus dem Fischbauch. Doch im Gegensatz zu anderen Propheten wurde Jonah in erster Linie nicht dazu von Gott aus der Welt eine Rettung zu verkünden an ein Volk, sondern um der Stadt Ninive den Untergang anzukündigen. Und zwar nicht nur den Menschen, die dort gelebt haben, sondern auch den Tieren. Das finde ich ist schon sehr ungewöhnlich, weil es hier so ein bisschen das Bild eines strafenden Gottes mir sofort ins Gedächtnis kommt. Und dann natürlich auch wieder, wie viele von den Schülerinnen und Schülern, die am Interview mit unserem Weihbischof Ansgar Puff hier im Erzbistum teilgenommen haben, kommt mir natürlich auch die Frage auf, ob Corona eine Strafe Gottes ist. Was sie natürlich nicht ist. Doch wieder zurück zu Jonah. Was macht denn Jonah eigentlich, als ihm Gott quasi diese Aufgabe gegeben hat? Jonah läuft das, was viele Propheten machen. Er läuft einfach mal davon, beziehungsweise er versucht es. So kommt auch Jonah an einen Hafen und versucht mit dem Schiff vor Gottes Auftrag zu fliehen. Doch Gott lässt auch hier nicht locker, sondern verfolgt ihn weiter und lässt sogar einen großen Sturm über das Schiff aufkommen, das so zu versinken droht. Die Mannschaft, die Matrosen, die versuchen alles, um dem Sturm zu entkommen und das Schiff zu retten. Doch es will ihnen einfach nicht gelingen, weil der Sturm so heftig ist. Jonah hat schon so eine komische Ahnung, dass wahrscheinlich Gott dahinter steckt und versucht sich zunächst zu verstecken auf dem Schiff. Das klappt aber nur bedingt, denn irgendwann gibt er zu, dass wahrscheinlich er derjenige ist, der hier Gott erzündet hat und daraufhin wird Jonah mehr oder weniger über Bord geworfen. Doch genau in diesem Augenblick passiert etwas Unfassbares, finde ich. Nämlich ein Fisch, natürlich ein bisschen größer wie hier, kommt aus dem Nichts und verschlingt den Jonah. Ein paar Tage später spuckt dieser Fisch Jonah wieder aus, schleudert ihn an Land und Jonah macht sich auf den Weg zur Stadt Nineveh, um dort eben die Zerstörung und den Untergang und den Tod aller Menschen und aller Tiere zu verkünden, so wie es ihm Gott aufgetragen hat. Doch dann passiert etwas Merkwürdiges, nämlich kurz nachdem der Jonah den Menschen diese Prophezeiung kundgetan hat, verändern sich die Menschen. Sie tun wieder das, was sie eigentlich tun sollen, beziehungsweise eher Gott von ihnen verlangt. Nämlich, dass sie einander lieben, sich nicht betrügen, nicht stehlen, nicht töten, dass sie sich kurzum auch an religiöse Gebote halten. Natürlich sieht Gott das alles. Er fängt an, sein Urteil zu bereuen und letztendlich verschont er die Stadt Nineveh und alle, die darin wohnen. Kleiner Wissensfakt am Ende. Jonah ist mit dieser Entscheidung Gottes, diese Stadt dann doch noch zu retten, nicht zufrieden. Und es kommt dann so ein bisschen zum Disput, der aber offengelassen wird in der Bibel, weil Jonah zu keiner Antwort mehr kommt. Ich persönlich finde, die Geschichte von Jonah und seiner Zeit auch im Fischbauch hat doch viele Parallelen zu den Tagen des Lockdowns, in denen wir gerade leben. Denn auf der einen Seite war Jonah insgesamt drei Tage im Bauch des Fisches gefangen. Und auch wir befinden uns ja mittlerweile im dritten Lockdown. Vielleicht, und das hoffe ich sehr, ist dies auch so ein bisschen ein Zeichen. Gleichsam ist aber diese Zeit für Jonah im Fischbauch auch so etwas wie Rettung und Gefängnis zugleich. Rettung, weil wir davon ausgehen können, dass natürlich auch Jonah in dieser Zeit, in der er gelebt hat, nicht schwimmen konnte. Gefängnis aber auch, weil er eben nicht aus dem Fischbauch rauskam. Und ich finde, so geht es auch uns während dem Lockdown, während wir nicht raus dürfen. Denn zum einen leben wir zwar mit Beschränkungen, wir können zum Beispiel erst ab heute wieder zum Friseur gehen, aber gleichsam dienen diese Beschränkungen auch dazu, dass wir uns selbst und vor allem andere Menschen vor dem Coronavirus schützen. Sowohl Jonah im Fischbauch als auch wir in diesen Tagen sind uns auch sicherlich sehr ähnlich in den Gedanken, die wir hatten. Zum Beispiel, wie geht es weiter? Oder auch der Gedanke an bestimmte Menschen, die wir lieben und die wir sehr vermissen. Denn sicherlich wird auch Jonah in seiner Zeit im Fischbauch sich gedacht haben, wie geht es für mich weiter? Er wird auch sicherlich jemanden vermisst haben. Und genau hier haben wir wieder eine Parallele zu der Zeit des Lockdowns, in der wir uns gerade befinden. Denn auch wir vermissen geliebte Menschen. Sogar unsere Arbeit fangen viele von uns an zu vermissen. Und viele von euch möchten unheimlich gerne wieder in die Schule gehen. Und wer, sind wir mal ehrlich, hätte das vor über einem Jahr gedacht, dass ein Großteil der Schüler das nicht nur denkt, sondern vor allem auch gegenüber vielen Lehrerinnen und Lehrern immer wieder sagt. Denn auch wir fühlen uns oft in diesen Tagen alleine. Wir klammern uns dabei immer wieder an Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ab heute die Friseure wieder öffnen. Also etwas, was vielleicht für uns früher eher ein lästiger Gang gewesen ist. Doch was lehrt uns diese Geschichte von Jonah? Ich finde, sie spendet uns in dieser Zeit auch Trost. Denn sie zeigt, dass Gott am Ende mit dieser Stadt Nineveh Mitleid hat. Statt Untergang und Vernichtung verschont Gott die Menschen und auch die Tiere darin. Er wendet sich ihnen wieder aktiv zu. Und genau das sollte auch uns in dieser Zeit wieder Mut machen. Nämlich, dass Gott ein Gott des Mitleides ist. Er lässt einerseits zwar Dinge geschehen, die uns viel abverlangen, die uns auch viel einschränken, aber tatsächlich auch Dinge, die uns beschützen sollen. Nämlich wie in diesem Fall gerade aktuell der Lockdown. Und genau das, finde ich, sollte uns Hoffnung geben, dass es wieder weitergeht. Irgendwann zumindest. Auch und gerade dann, wenn wir vieles vielleicht nicht so gut gemacht haben. Denn die Geschichte von Jonah zeigt uns auch, dass es im Leben immer wieder weitergeht. Und zwar auch dann, wenn es nicht so weitergeht, wie wir uns das vorgestellt haben oder auch wünschen. So wird es auch für uns wieder einen Tag geben, an dem wir wie Jonah aus dem Fischbauch geschleudert werden und an Land gehen. Nämlich in die Museen, die Restaurants, die Diskotheken, die Party Locations, die Kneipen, die Konzertbesuche in die Fußballstadien oder einfach nur an den Strand. Denn Jonah hat uns gezeigt und daran dürfen wir auch fest glauben, dass Gott am Ende wieder alles gut werden lässt. Bis bald. Tschüss.